Herzlich Willkommen zu diesem Fall war das Destiny 2, die Hexenkönigin. In diesem Part werden wir 1-2 Gambit-Matches machen und damit los geht's. Also ab geht's auf Neukadia. Ja, also mal wieder die Klappergestelle. Ja, wie sie es gehört. Okay, gut festhalten. Erledige die Gegner und hol dir die Artikel. Ach wirklich, man müssen die Gegner erledigen. Oh, komm, ne, das hat jetzt keiner gedacht. Ne, jetzt machen wir ernst, was zur Hölle ist das für ein Quatsch? Also natürlich muss man die Gegner erledigen. Auch wenn ich jetzt hier halt kurz nochmal was machen muss, um hier halt eben auch ein Pump-Nail zu haben. Ja, soll passen. Also kurz nochmal schnell das Anschalten. Und abbreiten die Masse. Also, komm, ja. Trifft bloß nicht, verdammt nochmal. Ich will, da steht mal zwei Meter, äh Quatsch, was heißt zwei Meter? Ein paar Zentimeter vor denen und dann trifft die einmal nur nicht. Zum Kotzen der Müll. Egal, gib mir jetzt mal die schwere Moni und dann ab zum Schluch drüber. Also gut. Okay, der, der war nicht nötig. So, die erstmal alle wegbomben. Und halt hier aufpassen, dass man jetzt grad noch erledigt wird. Das ist auch nicht grad so nice. Okay, ne, verdammt. Ach, komm. Das war grad richtig dumm. Ich bin hier einfach viel zu falsch ringen gegangen grad. Egal. Warum auch immer krieg ich eh viel zu viel Schaden gerade. Egal. Jetzt haben wir zumindest wieder die Partikel wieder, die ich eben gehabt hab. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn so. So, ab zur Höhle zurück und dann halt eben so weiter. Das wird jetzt eh nur noch hin und her, denke ich. Also erstmal auch weiter da. Und weg. Ja, stell dir vor. Der Fassort sollte man das genauso machen. Na. So, erstmal auf 30 aufgerüstet. Also aufgestockt. Ja, aufgestockt. Und das war eh daneben. War egal. Ja, außerdem haben wir grad einen großen Haufen Blocker bekommen. Kommt ein Eindringling. Ja, Gott. Außerdem, wo ist der dann jetzt? Ah, da. So, und jetzt erstmal den weggesnipet. Und ab auf die andere Seite zurück. Auch wenn's hier halt etwas schlecht so geht grad. Dafür muss ich sagen. Ja, wirklich. So, und weggefinisht. Und damit hat sich das auch. Und jetzt startet mal den, wo ich da einen Besuch hab. Klar, geht's mir wahrscheinlich eh nicht gut, aber egal. Ja, Gott. Wenn ich jetzt auch noch richtig treffen könnte, wär das natürlich auch schon mal was Gutes. Ja, aber auch viel zu lang dafür gebraucht. Zehn Sekunden, dann hol ich dich wieder zurück. So. So, jetzt hier noch ein... Ja. Endtreffer eigentlich, aber das Tor war jetzt eher eine enttäuschende Leistung. Andererseits, der jetzt kommt ich hier schnell genug näher mit dem Ziele. Ja, okay, also ab drauf da. So, warte was? Äh, wir kommen. Egal, einfach weiter drauf da. So. Und weg mit euch. Ja. Noch ist der hier. Das können wir nur noch schnell herausfinden, wo der ist. So. Na gut, da hat sich das auch. So, ein Uhr zeitlicher Gesandter. Und der nächste haben wir jetzt auch noch gleich. Also komm, er. Nix da. Und, ja, natürlich. Ja, außerdem müssen wir jetzt gerade wieder aufholen, bei diesem Grad abführen. Also wo ist der? Dabei, ne mehr. Ja, das kam zu spät. Egal. Also ab mit der Kurz darüber. Und dann müssen wir versuchen, den wegzupomben. Ja, komm, ne. Jetzt hatte ich mich gerade praktisch selbst erledigt. Na gut, immerhin habe ich einen noch mitbekommen. Auch wenn das gerade eher schlecht gelaufen ist. Ich bin Gott, es hat wahrscheinlich noch mal genug rausgeholt, um uns den Vorsprung zu bekommen. Oder eben zu gewinnen. Mit Abstand. Naja, was soll's. Schau dir die ganzen Partikel an. Wunderbar. Heute ist für dich Zahltag. Ja, stell dir vor, wie auch immer. Damit würde ich aber auch sagen, war's das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.